Hallo, jetzt machen wir eine kubanische Sultanedda. Wir nehmen den Shaker, füllen ihn mit Eis. In den Shaker geben wir ein wenig Rum, ein wenig Kakao-Eispulver und Milch. Dann schicken wir das Ganze und geben die kubanische Sultanedda ins Glas. Ins Glas geben wir noch ein paar Rosinen und Knusperflocken. Kubanische Sultanedda. Kubanische Sultanedda. Kubanische Sultanedda. Kubanische Sultanedda